So, wir sind es schon wieder an diesem trüben Tag. Hinter mir das Rotröckchen und ich probiere jetzt die Spätburgunder. Ich glaube, es sind nicht überwiegend große Gewächse, aber es ist so halb-halb, glaube ich. Aber es ist nur Spätburgunder, ich weiß gar nicht, ist es Pfalz schon auch? Pfalz ist es, ja. Was auch immer. Nein, spielt ja keine Rolle. Wir fangen jetzt einfach an, wir werden schon merken, was das ist. Wenn du jetzt einschränkend tätst, dann müsste ich jetzt mir nicht überlegen, was ich noch für ein Unsinn weiterreden müsste, um die Leute zu unterhalten. Einfach aufhören, wie das so spricht. Ja. 3-3-0-1-4-2. Die müssen wir jetzt teilen, die Küchenrolle. Wir hätten noch. Sehr speckig. Rauchig, speckig. Aber dabei eher kühl. Was Blaues hat der Wein, so Heidelbeeren, so Dunkelbeeren. Geradlinig. Ein bisschen von Rauch und Nuss und Holz geprägt. Die Frucht setzt sich jetzt nicht sonderlich durch, gerade gestern eher noch mehr, so wie ich das sehe. Aber jetzt deckt das alles noch ein bisschen zu. Genau. Das braucht Zeit. Aber Substanz hat es schon. Und da gibt es Nachhaltigkeit auch. So Blau, Floral. Also. Er ist von gestern, wie ich sehe. Sind alle von gestern. Aber ich finde, dass er Biss hat, Zug. Noch ein bisschen Hefe. Aber er hat trotzdem gewisse Feinheiten. Ich glaube auch, dass sich das gut entwickelt. Ja, ich denke über einen Punkt mehr. Echt? Bist du schon soweit? Also ich bin jetzt gerade am überlegen, ob es für mich kratzt das schon an 87. Naja, was die Konzentration angeht, kann ich das sogar nachvollziehen. Okay. Okay. Ist mir recht. Muss dein Sprüchlein kommen mit den Punkten? Nein, 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 nein. Wenn mir das recht ist, dann schuldest du mir nichts. Das ist von Winning. Pinot Noir Nummer 1. 3-3-0-1-0-1. Das ist kühler. Noch kühler. Und was er vor allem auch ist, er ist vegetabiler. Er hat deutlich mehr gemüsige Aromen als der andere. Was eigentlicher typisch ist für Spätburgunder. Also das ist nicht negativ gemeint. Ja, und für mich ist er etwas ätherisches. Du hast hier Wacholder. Mhm. Ja. Ich würde auch sogar wirklich so Tannengrün fast. Oder Wacholdergrün. Mhm. Willst du das nachvollziehen? Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Du hattest auch mit dem anderen recht. Das ist der größere Wein. Das macht schon Spaß. Aber der steht da. Gut. Super, ja. Während der andere wirklich noch ein Stück mehr kommt. Etwas, ja. Ja gut. Das muss man jetzt aber auch dazu sagen. Das ist ganz normal Fritz Kellers Spätburgunder. Das ist sein Basiswein. Und dafür ist das schon verdammt gut. Das ist super. Also, das ist echt eine Leistung. 3, 3, 0, 1, 7, 4. Also ich kenne große Quächse, die nicht so viel Spaß machen. Ja, ganz geschliffen und her. Dunkelbeerig. Ja. Pflanzlich. Ja, auch so ein bisschen, ein bisschen Heimbeeren sind da auch noch in den, zu den dunklen Beeren. Ja. Etwas zedriger. So ein bisschen zedriges Holz hat er. Und, ja, und so ein bisschen Wurzelgemüse. Das ist ein Stil, den ich sehr mag. Ganz klar. Kühl, herb, mit Biss und Schliff. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also der ist so richtig schnörkellos. Ja. Ganz herb. Überhaupt nicht schmeicheln, muss man dazu sagen. Also das ist, also wer lieber weichen Spätburgunder mag, der ist da nicht gut aufgehoben. Wer ist wirklich straff und knackig und herb will. Ja. So wie ich. Hm. Gibt es auch Lust, was dazu zu essen. Das ist Weingut Fischer. Zum Weingut Heger gehörig. Spätburgunder Holzfass. Das kann man bei ihm bezahlen. Ja, wie viel kostet das denn? Ich weiß es nicht ganz sicher, aber so irgendwie irgendwie zwölf oder so. Okay. 3, 3, 0, 1, 9, 1. Also ausgesprochen gutes Preis-Genuss-Verhältnis. Ja. So. Bisschen speckiger. Ja, aber auch tiefer. Kühl geschnitten. Ganz feine, gewürzige Aromen. Na halte. Ja. 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 Aha. Eine ziemlich noble Frucht. Ziemlich fest. Schöner Saft. Griffwürze. Frische. Tollen Zug und Säurebiss. Super. Bisschen rauchig, speckig, aber das Holz ist eher im Hintergrund. Ja, also es lässt mich an so einen wieder luftgetrockneten Schinken denken. Und viel Salz. Ja. Habe ich das da drin stehen? Nein. Finde ich sehr gut. Finde ich steht auch gut. Inzwischen wieder ein paar mehr. Ich habe schon einen Punkt gut bei dir. Noch einen? Herrlich, ich will dir nicht drohen, wenn du, ganz und gar nicht, wenn du mir, wenn du mich argumentativ überzeigst, nein, aber ich finde wirklich, dass er da ankommt. Ja, gut. Findest du nicht? Ja, also wenn ich jetzt hier nicht weiter, ähm, ja, was soll ich sagen, das ist, ja, kann ich nachvollziehen. Du darfst ruhig schimpfen, wenn du magst. Du findest, du findest, er hätte einen mehr verdient. Nein, sonst würde ich das sagen. Achso, was denn dann? Was, was habe ich in Dammscher wieder falsch gemacht? Ich mache immer alles falsch. Also, das ist übrigens, da machen wir nichts falsch, äh, wer den kauft, macht auch nichts falsch. Spätbuch und ein Mimus von Heger. Ähm, ich kenne keinen Mimus, der mir bislang mehr Spaß gemacht hat, als der. Ich kenne keinen Mimus von Heger. Ich kenne keinen Mimus von Heger. Ja, das ist ein bisschen Nelken, ja, stimmt, das ist ein bisschen Nelken, hört sich. Ja, aber die Frucht finde ich recht nobel. Ja, das kann ich, also, wieder so Heidelbeeren. Viel Saft, viel reifer Saft, wieder Nelken. Also, Gewürzen Nelken halt. Das hat schon, das hat schon, also ein ganz eigenwilliges Holz. Oh, das ist, äh, Olipholz, ha? Ja. Der hat das gern, aber es ist dicht und es ist lang. Also, das ist der erste, der fühl mich jetzt an mehr verdient. Fühl mich jetzt nicht. Das quält dir nicht, weil es nicht so fein ist, ne? Aber er ist so komplex und er hat so einen tollen Saft. Kann ich schon nachvollziehen, was du sagst. Trotzdem, ähm, zumindest im Moment wirkt er, so in Richtung, fast schon etwas, Kostikales, also eine Seite von ihm hat etwas, vielleicht auch was geerdet. Darüber kann man jetzt... Ich weiß schon, was du meinst. Und für mich steht eigentlich kaputt. Da muss ich jetzt aber dann wirklich einen Punkt einlösen, den du mir schuldest, weil... Dann tu, dann tu es. Warte mal drauf. Ich werde, ich werde dann einfach heimlich ihn noch einmal probieren. Und wenn ich dann immer noch finde, dass ich dich da an sich bin, dann will ich ihn trotzdem ein mehr geben. Ja, ich dachte doch, du machst jetzt einen Punkt. Nö. Ach so, wenn ich den einlöse, dann darf ich ja. Stimmt. Das ist ja gut. Das ist ja gar nicht wahr. Du schuldest... Das würdest du mir ja noch eins schulden. Jetzt schuldest du mir keinen mehr. Jetzt sind wir quitt. So sieht es mal aus. So sieht es aus. Sehr schön. Danke, dass du mich dran erinnerst. Jetzt kann ich es auch zeigen. Das ist Rebholz vom Muschelkalk 212. R. Spätbrunner natürlich. O2 in Siebeldingen. Nur das, um noch das dazu zu sagen. Der ist auch lang. Ich finde, das hat er verdient. 3,3,0,1,0,5. Aber es ist ja egal, ob es verdient oder nicht. Denn du warst mir schuldig. Also ob es in deinen Augen verdient, in meinen, tut das ja eh. Herb. Ein bisschen kühl. Das gibt es noch wenig her. Pfeffer. Ganz viel schwarzen Pfeffer. Steht ja gar nicht drin. Ja, ja. Ich schreibe es ja gerade ein. Ich bin ganz nah nur damit beschäftigt, deine Sonderwünsche da reinzuschreiben. Ich meine, das stimmt auch. Ein bisschen getrocknete Kräuter und Wacholder. Schwarzwälder, Schinken. Schöner Saft. Ja. Ganz kühl. Kühl und geschlossen. Fast ein bisschen Jod. Also im positiven Sinne. Jod hat er, das ist richtig. Jetzt ist es aber so, da finde ich die 88 richtig. Aber wenn du das mit dem anderen vergleichst, der war einfach auch tiefer. Weil das wirklich ein total schöner Wein ist. Mit seinem Schliff, mit seiner Kühle. Richtig. Ja. Sehr schön. Das ist der schwarze Adler, Fritz Keller. Das ist ein Franz Anton. Das bedeutet, das ist sein Spitzenwein aus dem zugekauften Trauben. Und das ist halt schon mal ein ganzes Stück besser, als viele, viele, viele andere Leute ihre Spitzenweine aus eigenen Weinen machen. Also das macht unheimlichen Spaß. Das ist geschliffen, das ist fein. 3, 3, 0, 1, 2, 7. Und auch nicht wirklich teuer für die Qualität. Aua. Da sind wir sehr zu, ne? Das ist ganz unterholzig. Oder? Ja. So wirklich feuchtes Unterholz. Auch so flechtig. Mhm. Genau. Genau. Rauchig. Speckig. Sehr salzig. Wie der Jod, Salz. Sag mal, ist das schon wieder, ist das der 2, 10er? Ist das schon wieder? Deswegen. Also wie der Rebholz, aber diesmal die Spitzenversion aus 2, 10. Das kann was. Das kann was, aber man merkt ihr das leicht Grüne des Jahrgangs einfach an. Und dieses etwas Eckigere, finde ich. Ich finde den Wein trotzdem wirklich hervorragend. Aber kann es mehr? Ach, ich finde das ist alles so, ähm, also ich könnte es mir schon vorstellen. Es ist alles so in gutem Verhältnis. Ich war nahe dran, aber nicht absichtlich, sondern bloß weil meine Maus spinnt. Ich neige dazu, dir zu folgen, weil er so lang ist. Aber man merkt, es ist eigenwillig. Es ist sehr salzig. Ja, aber die Länge hat er. Es sind 90, ist gut. Sehr schön. Das ist Rebholz, wie gesagt, im Sonnenschein R 2010. 3, 3, 0, 1, 9, auf. 2010 war eh, wo das Burgunderjahr deutlich größer ist. Ich glaube, ja, nicht echt. Ja, wir hängen. Hängen wir da schon wieder? Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt steht der Rechner. Jetzt werden wir Pech haben, haben wir wieder. Im Verlust haben wir noch viele, meine. Na, was ist los? Jetzt steht das wirklich alles. Ah, jetzt kommt er. Und das da? Das hast du gesehen, gell? Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich schon wieder das Problem, dass wir textlich hinterherhängen. Das heißt, jetzt machen wir wieder eine Pause. Nicht Pause, sondern wir schalten auch mal wieder ein, oder? Bleibt dir nichts üblich, bevor ihr dann wieder zuschaut, wie wir quasseln, ohne zu hören, was wir wirklich quasseln. Machen wir kurz Pause. Sind in einer Sekunde wieder da. Okay. Okay.